Können wir ja mal gucken. Penny? 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 Was? Tja, und dann musste ich zum Doktor. Doktor? Doktor Who? Oh, so wie es aussieht, wirst du wohl gewinnen. Finger. Ey, ich sag's dir, das wird legen... Warte drauf, es kommt gleich. Der. Legendär. Warte. Ich find's einfach kacke, dass sie nicht mehr zusammen sind. Ja, aber im Prinzip haben die doch gar nicht zusammengepasst. Natürlich haben die zusammengepasst. Nein, haben sie nicht. Ja, aber nur weil Lily und Marshall dein ultimatives Traumpaar ist. Ich sag's dir ein letztes Mal. Johnny und Robin passen nicht zusammen. Guck mal, in der neuen Folge werden Amy und Cheryl... Spoiler! Spoiler! Aaaaaah! 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 Es ist gleich Mitternacht. Wollen wir vielleicht zum Friedhof? Warum? Einfach so. Jenny, es gibt keine Vampire. Aber wir können doch wenigstens mal gucken. Gib mir die Pirücke. Wir leben nicht am Höllenschlund und du bist nicht Buffy. Gib mir deine Waffen. Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaaah! Das ist das Ding! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Vielen Dank. Nur noch eine Folge. Nein, 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 geht er nicht hin. Geht er nicht hin. Geht er nicht hin. Scheiße. Ja, 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 eins auf. Ein Spinner. Scheiße. Warum? Warum? Willst du nicht mal rausgehen? Deine Eltern halten dich schon für tot. Nur noch eine Folge. Aber dann dusch dich wenigstens mal. Oder benutze Deo. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Absolut realitätsnah. Oder etwa nicht. Welche Serie ist eure Suchtserie bzw. war oder bei welcher Serie habt ihr regelrechtes Binge-Watching betrieben? Bei mir ist es aktuell Doctor Who und die letzte Staffel Big Bang Theory. Ja, so sieht es bei mir aus. Ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen und einen Kommentar und teilt das mit allen, die es nicht sehen wollen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mit einem sehr aufwändigen Video, das mich unglaublich viel Zeit gekostet hat. Aber wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt ein schönes Wochenende. Aboa!